hallo meine lieben hier ist Alma und heute möchte ich mit euch zusammen ein produkt von KADENZ testen und zwar ein Home Dekotransfer und hier habe ich eine kiste die ich irgendwann mal bemalt habe und da stand sie so da hatte ich keine weitere ideen gehabt und schon ausgeschnitten ein Home Dekotransfer jetzt müssen wir diese Poly hier abziehen und dann klebt das Zeug und dann kleben wir das auf den Gegenstand mal drauf und müssen wir das Papier mal befeuchten der soll richtig gut befeucht werden so dann kurz einwirken lassen vielleicht etwas feuchter machen Entschuldigung ich habe ein bisschen Schnupfen darum ab und zu so und da löst sich schon mal das Papier auf ganz vorsichtig machen wir den ab ich glaube ich war schon wieder etwas ungeduldig ich glaube ich bin so ich bin so ich bin so da war ich ganz ungeduldig ich will euch nicht zu lange vor dem monitor lassen darum ich mache das manchmal ein bisschen zu schnell aber das ist mal das ergebnis das können wir ganz normal mit acryllack oder mit einem am besten mit acryllack glaube ich über lackieren so sieht das aus also total easy total schön und man hat ich danke euch fürs zuschauen und bis zum nächsten mal tschüsschen